Wir haben 42 Tage befragt im Untersuchungsausschuss. Das sind in Stunden gerechnet 219 Stunden. Wir haben 26,5 Millionen an Aktenseiten verarbeitet. Das sind 1,7 Terabyte an Daten. Wir haben zusätzlich 1.878 Ordner mit vertraulichen Dokumenten verarbeitet, 276 Ordner mit geheimen Dokumenten verordnet und wir haben 82 Auskunftspersonen befragt. Davon sind es wiederum wesentlich weniger Frauen. Es sind 18 Frauen und 64 Männer. Und noch mehr Zahlen, Daten, Fakten finden Sie in unserem Bericht, wie bereits angeführt. Also, was haben wir daraus gemacht? Was ist das Ergebnis aus der Aktenrecherche, aus den Befragungen? Wir haben ein akribisches Protokoll der großen Täuschung angefertigt. Und das ist dieser Fraktionsbericht der Grünen zu diesem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, der Ihnen ab heutigem Tag allen vorliegt. Wir haben sehr genau aufgezeigt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ein kleiner türkiser Machtzirkel rund um Sebastian Kurz das ganze Land getäuscht hat. Erstens. Sie haben manipuliert. Und zwar nicht nur die eigenen Parteifreunde, sondern die gesamte Bevölkerung. Das haben sie gemacht mit frisierten Umfragen in den Medien und mit Steuer- und Geldfinanzierten Inseraten. Auch im Übrigen an ÖVP-nahestehende Mitgliedermagazinen. Das sogenannte Beinschab-Tool hat landesweit, fast europaweit Bekanntheit erlangt. Aber es gibt noch deutlich mehr Inseraten-Affären, die wir in diesem Untersuchungsausschuss aufdecken konnten. Ich möchte verweisen insbesondere auf die Kapitel zum Vorarlberger Wirtschaftsbund-Tool. Wir haben aber auch gesehen, dass im Tiroler VB-Magazin plötzlich 250.000 Euro an Inseraten-Wahlkampfspritze aufgetaucht sind. Wir konnten den Inseraten-Goldesel der Bauernzeitung sehr, sehr genau beleuchten. Ja, und es gab auch BMI-Uberraschenderweise BMI-Inserate für die niederösterreichischen Gemeinderäte. Zweitens. Dieser türkise Machtzirkel hat auch Postenschacher betrieben, um wirklich die Republik versucht, als eigenen Selbstbedienungsladen umzubauen. Thomas Schmid und sein Aufstieg in der ÖBAG ist sicher das prominenteste Beispiel, aber bei weitem nicht das einzige. Es wurden anstatt die kompetenten Bewerberinnen diejenigen ausgesucht, die steuerbar sind. Und das ist ein Zitat. Und hier möchte ich gern bei diesem Kapitel insbesondere auf unsere intensiven Recherchen rund um Bernhard Perner, seinem Teilzeitjob und seinen Luxusgehälter verweisen. Drittens. Das ist, glaube ich, das besonders Ärgerliche auch für die Bevölkerung. Sie haben sich mittels Spezialbehandlung um superreiche Freunde gekümmert. Da wurde zum Beispiel dem Sigi Wolf, einem mehrfachen Millionär, ein satter Steuernachlass genehmigt, nachdem er zigmal im Finanzministerium interveniert hat. Das Finanzministerium hat sich auch aufopfernd um René Benko gekümmert. Da wurde wirklich, im Übrigen mit jedem Trick, das konnten wir sehr gut aufzeigen, versucht, Steuern zu vermeiden. Und das, während ganz normale Leute, Sie, ich, einfach ganz unsere Steuern zahlen, hat sich das Finanzministerium einen doch interessanten Fokus ausgesucht, nämlich, dass für Superreiche ein geradezu Steuerwohlfühlprogramm gefahren wurde. Und das auch im Übrigen mit diesem Aufwand. Und Sie werden in der Aufarbeitung unseres Fraktionsberichtes eben auch sehen, genau wie die Methode rund um René Benko funktioniert hat. Das berühmteste Beispiel ist sicher der Tuchlaubenkomplex. Auch hier konnten wir übrigens neue Erkenntnisse zusammenführen mit den Ermittlungsakten der WKStA und der Aktenrecherche im Untersuchungsausschuss. Und im Übrigen, was über alle Spezialbehandlungen für Superreiche schwebt, und das tut mir persönlich besonders leid, ist der Druck, den man auf die Beamtinnen und Beamten ausgehübt hat. Und viertens, und schließlich, geht es auch um den Russland-Kuschelkurs. Und da hat wirklich Sebastian Kurz und sein Machtzirkel Österreich in eine gefährliche Situation manövriert. Und nirgendwo ist es, glaube ich, mehr spürbar wie bei der Energiepolitik. Und die Rechnung dafür tragen die Bevölkerung jetzt wirklich sprichwörtlich tagtäglich in Form beim Tuschen, beim Kochen, beim Autofahren oder bei anderen Lebensbereichen. Aber die Russland-Connection blieb auch in diesem Untersuchungsausschuss lange verdeckt. Aber ab September war sehr, sehr vieles klar. Und Sie können auch da unsere wirklich umfassenden Erkenntnisse im Bericht nachlesen. Mit dem Hinweis im Übrigen, dass unserer Meinung nach dieses Thema sich super anböte für einen neuen Untersuchungsausschuss. Und das alles, meine sehr geehrten Damen und Herren, das macht mich wirklich angefressen. Denn die Neue Zürcher Zeitung hat einmal geschrieben von Slimfit-Moral in Österreich. Nämlich, sie haben geschrieben, in Österreich wasche eine Hand die andere und werde einmal etwas öffentlich, dann waschen sich alle Hände in Unschuld. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass die österreichische Politik international und schon gar nicht vor der eigenen Bevölkerung so ein Bild abgibt. Und da werden Sie mich jetzt wahrscheinlich fragen, was ist zu tun? Oder was ist unsere Aufgabe als Politik? Und ich halte es für unsere verdammte Pflicht, als Politikerinnen und Politiker alles und wirklich alles dafür zu tun, dass wir das verlorengegangene Vertrauen wieder zurückgewinnen. Oder, um es in den Worten des Bundespräsidenten zu sagen, das Haus braucht eine Generalsanierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und einiges wurde schon dafür getan. Der U-Ausschuss hat schon während seiner Laufzeit eigentlich eine sehr gute Wirkung entfalten können. Erstens, es gab zahlreiche Rücktritte. Sebastian Kurz selber aus seinem Machtzirkel. Gernot Blümel, Elisabeth Köstinger, Margarete Schramböck. Thomas Schmid musste die Politik und die ÖBAG verlassen. Der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter ist als Verfassungsrichter zurückgetreten. Johann Fuchs verlor die Dienstaufsicht der WKStA. Christian Pilnercheck ist suspendiert. Stolze 70 Seiten beträgt hier das Protokoll einer großen Enttäuschung, zumindest wenn es nach den Grünen geht. Wir waren ja gerade bei einer Pressekonferenz von den Grünen mit Nina Tomaselli. Und Aaron Brüsle, du verfolgst als Journalist und auch eben hier von der Tagestätzung Österreich die ÖVP-Untersuchungsausschuss auch immer wieder von Anfang an. Welchen Eindruck hattest du jetzt von diesem Ende zumindest und von diesem unglaublich langen Aufschlussbericht der Grünen? Ich hatte den Eindruck, dass Nina Tomaselli als grüne Fraktionsvorsitzende im U-Ausschuss doch zufrieden darauf zurückblickt, auch wenn sie immer wieder gesagt hat, die ÖVP hat eigentlich zu wenig mitgearbeitet dabei. Und sie hat vier Punkte aufgezählt, sehr konzise, die wir vielleicht nochmal wiedergeben können. Sie hat gesagt, in diesem U-Ausschuss, der ja ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss heißt, haben wir Folgendes bewiesen. Erstens, dass die ÖVP sich mit Steuergeld Inserate gekauft hat und Umfragen gefälscht hat und somit eine große Illusion, eine große Täuschung der Bevölkerung herbeigeführt hat. Dabei fiel auch das Wort vom Illusionskünstler. Natürlich ging das alles direkt gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wir sehen ihn hier auch auf dem Cover. Das war damals die große Wahlveranstaltung. Ein Riesenwettkampf in der Stadthalle, da waren tausende Zuseher. Man kennt das eigentlich aus den USA und da waren bestimmt auch viele dabei vom ÖVP-Club, die jetzt noch im Parlament mit den Grünen zusammenarbeiten. Da hieß es jetzt zu mir, man muss das professionell sehen und diese Sachen eben aufarbeiten. Und neben den Umfragen, die angesprochen wurden und den Inseraten, die man auch beim Wirtschaftsbund zum Beispiel gemacht hat, also Wahlkampfspritzen hieß das immer wieder, dass das Land inseriert und das dann der Partei zugute kommt, ging es auch um Postenschacher. Da wurde exemplarisch der Thomas Schmid genannt, wie der sich selber seinen Job gebaut hat. Jetzt nicht mehr da ist, das feiern auch die Grünen als ihren Erfolg, dass Schmid, Kurz, Köstinger, Blümel alle nicht mehr in der Politik sind. Und drittens, besonders ärgerlich für die Bevölkerung hat Nina Tomaselli gesagt, ist dieses Wohlfühlprogramm für Superreiche, wo zum Beispiel dem Sigi Wolf Steuern erlassen wurden und zwar in Millionenhöhe. Und ein Teil, der auch ganz jetzt aktuell ist, unglaublich, wie du das alles zusammenfassen kannst, ist auch die Beziehung zu Russland, oder? Weil das natürlich betrifft uns jetzt alle. Was sind da die Vorwürfe der Grünen? Nun, da sind die Vorwürfe folgende, dass es viel zu lange einen Kuschelkurs gab mit Russland. Da erinnern wir uns, da hat ja Sebastian Kurz, der war anwesend bei der Vertragsverlängerung der OMV mit Russland. Und das betrifft aber nicht nur die ÖVP, sondern das geht zurück bis in die 90er Jahre, sagte Nina Tomaselli. Da war auch die SPÖ natürlich daran beteiligt, wie Österreich seine Energieversorgung gegründet hat. Und natürlich, was da auch mitspielt, sind die FPÖ. Die haben ja eine besonders intime Beziehung zu Russland. Ein Freundschaftsvertrag mit der Partei von Wladimir Putin. Wir wissen, er war auch bei der Hochzeit von Karin Kneisel anwesend, damals Außenministerin, im Regierungsamt. Und da wollen sie jetzt einen neuen Untersuchungsausschuss zum Kuschelkurs mit Russland. Das wird aber sehr schwierig. Und abschließend noch, wie glaubst du, kann man wirklich den Einblick erhalten, dass mehr oder weniger gewisse Dinge in der Politik nicht mehr passieren? Ist es nicht fast unmöglich, dass nicht so gewisse Postenschacher-Sachen immer wieder vielleicht vorkommen, wenn man zu spät davon erfährt? Und andererseits, die Untersuchungsausschüsse manchmal ja dann nicht so ausgehen, wie man sich das Ganze eben erwartet. Weil man sich oft der Meinung dann entzieht. Man sagt, das weiß man nicht mehr. Also wie viel Sinn hat das Ganze? Also zwei Dinge. Zum einen sollten die U-Ausschüsse live übertragen werden. Das hat auch Nina Tomaselli gesagt. Das wäre die schlagkräftigste Waffe, damit nicht herumgeredet wird, damit nicht unterbrochen wird, damit nicht 60 Erinnerungslücken zustande kommen. Das stimmt auch, weil man stelle sich vor, man kann das zusammenschneiden, wie jemand sagt, ich kann mich nicht erinnern und das 60 Mal. Das andere ist natürlich, und das ist besonders wichtig, die persönliche Integrität. Der Vertrauensverlust in die Politik ist enorm. Das Misstrauen ist demokratiegefährdend schon. Und da müssen wirklich die Politiker mit persönlicher Integrität vorangehen, weil es nützt das schärfste Gesetz nicht, wenn man sich nicht daran hält. also sind die Politik. Vielen Dank.